Ein Schlitten ist nicht der Ort, um um einen Tanz zu bieten. Er lenkt sich so schwer, dass man aufüberfährt, was im Weg steht und stört. Oh, wie spannend es ist, wenn man in einem Schlitten, der am Mopferd sitzt. Komm und rutsch noch ein Stück und er wird unser Schlitten ins Glück. Oh, hey, ich habe ein bisschen umgestaltet. Gefällt es euch, wie es jetzt hier aussieht? Der Kota? Hi Milo! Yoji, hier ist es nicht sicher, bin ich, gehe nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017